Musik Wie bin ich jetzt der, 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 der Großschmied mit den großen Händen? Ja, da bin ich. Der ist aber, aber, die, die einem sind so gut. Ja, das ist vielleicht kein Nix. Ich kann eine Spieler wechseln. Ah, ich kann eine Spieler wechseln. Yay! Endlich! Ah, wirklich? Was nimmst du? Ich nehm den... Der tanzt so komisch. Nimmst halt irgendeine... Ich nehm den blauen, der tanzt so komisch. Also jetzt tanzt er nicht mehr. Ich mach den immer, die Blöde. Ah, du ruckst ja richtig. Oh. So, ein paar Mal. Schau, oder? So, wir beginnen. Oh, was ist das Fisch, oder? Ich weiß, oder? Oh, was ist das? Oh! Bolltones, including Zits, Dolita, Pimple, The Strong One, and Rache, The Sunglasses One. Don't forget Best Kisser. Enough talk. It's time to... Best kisser? Why are you the best kisser? Uh, maybe because I practice on my hand all the time. That just means you're the best at kissing your hand. Come on. There's more girls outside. I'm the big one. I'm the blue one. Can I play with X? I'm the blue one. What are you doing? What are you doing? What are you doing? X? 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 I got one different? X? X **** X? X? Es, it's said 139? Noo sé I got a big hand out of power. X? I got, an end? X? 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 Einten oder so. Was ist das? Einten? So lesen. Verteidigen, Durchbrechen, halte B gedrückt und einen Brechschlag auf sich zu laden. Okay? Lass B los und dann gehts dich hin. Also B halten und man halten. Aha. Du musst A halten. Dann gehts weiter. So. So Brechschlag. Und Katschi! Und jetzt alle schlagen. Alle schlagen. Alle schlagen. Alle schlagen. Oh nein. Du siehst. Verteidig. Warte. Lass mich einmal weg. Ja, schlagst du. Schlagen du. So ausweichen. Drücke den Großen hinten. Und mit dem Scheißstick irgendwo hin, dann geht er weg. Was? Großen? Den da. Du musst drücken. Und mit dem Scheißstick, dieses ist der Scheißstick, wegdrücken. Komm, leichter aus. Jetzt schweiß ich. Ah, leichter aus. Schlagst du jetzt mit X? X schlagt mir immer. Ja. Habt ihr es? Habt ihr es? Habt ihr es alle? Können die Fücherbunzine durch? Ja, sicher. Warte, den dort ist... Wow, was war das jetzt? Was war das? Ich schaue, wie ich zu... Was ist das da? Also... Ich weiß... Ist das ein Flugzeugtubin oder was ist das? Flie... Das ist der B-Schlag da, der... Okay. Mit dem anderen, mit dem L, links, da dann, mit dem Großen, können wir jetzt Fliegen einsammeln. Das sind Fliegen, die machen auch Leben. Okay? Aha. Einsammeln. Achso, L halten und Y drücken. Äh... Mh, lecker. Ja, genau. Ja, ist ja nicht verlaufen. Hey, da oben sind wir leben. Ja, oben haben wir leben. Das ist ein Zug, das ist ein Zug. Hier wird ein Stein gesammelt. Ich hab den aufgeschlürft. Also mit der Zunge kommen... Der Zeug hat den aufgeschläckert im Zug. Ich schläg den Zug ab. Kämpfen! Nein, noch nicht. Und mit ankommen Springer, ja? Auch Springer. Die sind... Die sind... Nein, 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 die sind noch... Hallo, du kannst doch nicht die ganzen Monster anbringen. Jetzt hör auf. Zu nicht, junge Dame. Zu nicht. Da ist ein großer Dicker. Alle Angriff. Der ist fett. Das ist ein Porkshank. Das ist ein fett. Angriff. Okay. Nein, nix, die. Wo ist das? So, auf geht's. Aber das ist eh kein Spiel. Ja. Greifst ihn an. Okay. Ich geh. Schlau. Ich hab mich noch nicht. Schleuer ausweichen. Greifst ihn an. Mit X. Greifst du an. Sehr gut. Von Besuch. Was ist das? Er verschwind. Schnell noch. Ist das es? Ich glaube so. Schau. An instantly gratifying victory ceremony. Er zieht. Ah, mit RT. Und er kann mal losen. Hä? Ja, passen wir doch. Passen wir doch. Was ist denn halt gerade? Attacke! Ich ziehe Gegner mit der Zunge. Mit der Zunge können wir nicht Gegner zu uns ziehen. Wow, wer schlägt den da zusammen? Ich. Du willst doch wohl ganz schön Gas gehen. Ja, ich. Ich brauch voll Gas gehen. Ja, ich. Ich brauch voll Gas gehen. Ja, ich. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe ihn wieder��이ão. Ja, ich habe ihn gezahlt. Ich bin da dran gedacht. Wie hab ich! Ich fange ein bisschen heiß? Ja. Was hab ich denn da? Wir haben gerade einen kleinen chaußen. Nein, da ist ein Postgegner! Schnell, anbringen! Es Kaku-Beschwein gibt. Kaku-Beschwein. Ich denke, ich bin Kaku-Beschwein. Ah, ich habe ihn richtig geschlagen mit meinem Fuß. Mit meinem Fuß habe ich vorher richtig geschlagen. Oh, ich habe ihn nicht geworfen. Wow! Wow! Ja, greift es an! Dass es nicht nicht umreinendelaufen. Ich kann nicht! Wie sieht es? Er darf schon wieder werden! Ihr seid der Spend-Beschwein. Das Kaku-Beschwein. Oh, wie es blendet. Ja, natürlich. Ich bin der Leader. Ich bin der Leader. A Sodom Arena. Ja, dann schlagen wir alle zusammen. Ja, mit X-Schlagplatzan. Ja, ja, ja. Wow! Ich darf voll Gas geben. Die ganze Zeit. Ja, für den hier. Ja, behalten, aufladen und dann schlagen. Alle schlagen! Alle schlagen! Ja, ich darf voll Gas geben beim Schlagen. Ja. Ich darf voll Gas geben beim Schlagen. Ja. Ja. Die Schülle alle fangen. Da noch einer. Ich habe mich auch eh nicht gemacht. Warte, ich will da leben wollen. Nein. Du wirst jetzt kämpfen jetzt. Ich habe Leben zu. Du bist eh noch voll mit dem Leben. Du bist ein Krassball. Du lässt uns da zurück währenddessen. Du mit der Dame. Ich habe herausgefunden, wie man springt. Du bist egoistisch. Bei A tut man springen. Nein, wir fliehen. Ich hole ein Leben. Egoistisch. Du holst ja ein Leben und lässt uns da sterben. Obwohl ich schon ein Leben habe. Oh Gott. Ich meine, verstehe ich nicht. Ich laufe schneller. Nein! Ich tue schneller laufe. Hä? Das Schwein-Dal ist wieder da. Ja. Nein. 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 Ich darf mich verstecken. Nein. Du sollst mich verkämpfen. Du sollst dich kämpfen jetzt. Jetzt verstecke. Hilfe! Siehst du das jetzt? Das mit ihm. Die täglichen wir alle. Du sollst mich verkämpfen. Angriff! Sehr gut. Und? Hei war ich mich versuchte. Und so bleibe ich in 2 Einsatz. Ah! Der heißt der Poarsak! Poarsak? Poarsak! Schenk, hast du auch. Aber es sind die Dinger was klatschen. Ich weiß was. Ich meine ich gar nicht. Ich bin der Mittlere. Das ist Donat. Ich mag mittel. Jetzt haben sie es. Auf und nach vorne, wir können wiegen. Ja. Jeder liebt uns. Jetzt können wir fahren. Die Bisten, oder? Die Bisten. Wir sind Gott. Wir sind Gott. Geistig. Eigentlich. Eigentlich. Eihob es richtig gesagt hat, dass es gut sei. Gesagt gut, ja. Wir sind Gott. Wir sind Gott. Wir sind. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Hey! Wir haben uns gut gemacht. Achievement. Wir werden angefangen. Wir werden angefangen. Wir werden jetzt zusammen. Wir werden dann geschnappt. Wunderbar. Du musst du A drücken jetzt. Weil du bist der Spieler Nummer 1. Wir werden jetzt herausfinden. Ja, der ist gut, esurat ist. Nicht, der sind În im Im in Kop. ative Nacht, der ist gut. Aber eine Toa sitzt. Wir haben jetzt versucht. exactamente. Nein. Genau. Dann bist du finde ich drin. Was ist das? Was ist das, wenn ich in einem Bunker verstehe? Was ist das? Toads to nowhere 4.000 Bewerbungsgespräche Was ist das denn? Warte, ich muss den kneten Ich muss den kneten Was ist das denn da? Ich hab keine Ahnung Ich muss das da Spiele 3 Wer ist das? Ich bin der nicht Ich bin der Abwechslung Abwechslung Einmal links, einmal rechts B Schnell Schnell, schneller, schneller Die Zeit läuft Geht ihr mit Zeit? Der Knopf da geht nicht Der hat ja vergerät Du bist der Konzentrier dich Schnell, Drucker Die oben zwei Abwechslung Ich bin der Ich bin der Du wieder B B B B B B B Sehr gut Und du klickst mir halt noch. Jo, das bin ich. Du bist drin gewöhnt, da hast du draus. Ich weiß noch nicht, was ich... Jetzt bist du dran, da, 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 und jetzt da. A, A Drucker, A. Du musst lesen, was da steht. Der hat den Großen hinten, den hinten A Drucker. Den da, den da, A Drucker. Den Großen, den Großen, A Drucker. Ja, jetzt geht's. Für dich funktioniert's. Schnell, genau. Da. Wurde der? Hatte gar nicht unterschränken. Gerade Pirates of the Caribbean. Oder? So, wir haben's geschafft. Wir haben es geschafft. Fortsetzel, A Drucker. Warum bin ich der A? Wer ist der Spiel Nummer 1?